Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schaumer, Pater-Voraktionscoach und Psychologe und so weiter und so fort. Und dies ist mein Video-Blocki-Blocki und ja, heute gab es eine Mail mit so normalen Themen. Ich gehe mal nur auf den letzten Teil hier ein. So, da hat sich dann jemand getrennt. Also es geht so um dieses Thema, was ist denn weiblicher Narzissmus? Ich habe mich getrennt und habe ihm gesagt, dass ich nicht in den Urlaub fahre und die Beziehung beende. Meine Frage bezieht sich auf ein Interview von Dr. Bärbel Wadecki und Chris Blom auf YouTube. In diesem Video bezieht sich Frau Wadecki auf weiblichen Narzissmus, unter anderem auch Merkmale, die der Beschreibung deines Pluspols ähneln. Wie zum Beispiel Perfektionismus, das Gefühl nicht gut genug zu sein und die perfekte Ehefrau sein wollen. Weiter wurde auch die Hypothese aufgestellt, dass der Mann mit narzisstischen Zügen die Frau mit den weiblichen narzisstischen Zügen anzieht. Da habe ich mir die Frage gestellt, ob es da sehr viele Parallelen gibt, ist vielleicht dasselbe meint, aber der Name ein anderer ist. Vielen Dank für das Lesen dieser Mail, Miroslava. Ja, weil diese Frage jetzt so aufgekommen ist, jetzt auch, würde ich fast schon sagen, in den letzten Jahren, dachte ich mir, mache ich da mal was zu. Also ich bin, also erst mal, ja, ist ja, weiß nicht, habe ich immer Respekt vor dem, was Kollegen und Kolleginnen machen. Und ich habe da auch mal reingeguckt in das Interview und also ich gehe mal davon aus, dass wir eigentlich das Gleiche meinen. Ich muss aber auch sagen, ich persönlich finde diese Ausdrucksweise nicht so gut und ich wollte das mal kurz ein bisschen auflösen, weil das, äh, es hat schon alles eine Geschichte, also es kommt halt daher, dass, ähm, das ist dieses, äh, von Jörg Willi, dieser ur-deutsche, äh, Paartherapeut, also der viel getan hat für die deutsche Paartherapie-Szene, weiß gar nicht, ob der überhaupt noch lebt, vielleicht weiß das jemand. Äh, der hat, äh, sehr stimmiges Konzept, ich finde, entwickelt mit Kollusion, also dass man so eben, ja, bestimmte Typen anzieht, je nachdem, ähm, mit was man selber so beschäftigt ist und da beschreibt er halt die narzisstische Kollusion, ne. Und die narzisstische Kollusion ist halt, ähm, ja, der eine ist, äh, sozusagen in seiner Größe und wohl bewundert werden und der andere, äh, oder die andere fühlt sich ganz klein und will bewundern. So, und dass das so scheinbar passt, äh, bis es dann nicht mehr passt, weil dem, dem Mann, ähm, die Frau auf den Geist geht, weil sie so unterwürfig ist und, äh, der Mann geht der Frau auf den Geist, weil er so egozentrisch und eingebildet ist, so mal ganz, äh, kurz zusammengefasst. Und dann gibt's auch noch mehr Kollusionen, äh, gibt's noch eine Orale und, und noch, also vier, glaube ich, insgesamt. Also sehr, äh, stimmiges Konzept, wobei, äh, sich heutzutage immer nur um diese narzisstische Kollusion dreht, scheinbar. Und vielleicht auch die Abgrenzung ist auch wahrscheinlich, finde ich auch schwierig zu den anderen, die er da gemacht hat. Aber so dieses Grundkonzept, ja, ist der, kann man ganz sicherlich, äh, gut nachvollziehen. Und, äh, und daher kommen diese Begriffe hier weiblicher und männlicher Narzissmus, so zu sagen. Der Männliche ist der Grandiose und der Weibliche ist der, ja, irgendwie eine Art von verdecktem oder anderem Narzissmus. Und ich finde das, sag ich ganz ehrlich, sehr unglücklich, weil für mich ist, also, ich denke, es hat natürlich einen großen Überschiff mit dem, was ich Co-abhängig nenne. Aber ich, äh, finde man wird diesen Leuten, die so völlig unter die Räder kommen in Beziehungen, nicht gerecht, wenn man sagt, ey, ihr habt auch ein narzisstisches Thema. Ähm, das finde ich, ähm, sehr verwirrend, weil, also ich weiß auf jeden Fall, ich möchte nicht mit, äh, thematisch, äh, mit der einen oder anderen Partnerin, die vielleicht in meinem Leben hatte, thematisch so in einen Topf geworfen werden, möchte ich auf gar keinen Fall. Ja, ich würde auch mal sagen, man hat einen eigenen Anteil, man hat eine eigene Verantwortung. Und, äh, das ist eben dieser Co-abhängige Teil und meiner Ansicht nach, also das passt zwar wie Stecker und Steckdose, da, da gehe ich ja vollkommen mit. Aber ich finde es so, beides unter dem Level, äh, narzisstisch laufen zu lassen, ist ja auch nur jetzt so als, als, hat jetzt auch nichts mit der Diagnose, also wenig mit dieser Diagnose zu tun. Es geht ja nur darum, äh, ja, Themen aufzuspannen sozusagen und jeder hat natürlich narzisstische Anteile. Es gibt ja auch sowas wie einen gesunden Narzissmus und was weiß ich. Ähm, also finde ich unglücklich und verwirrend und könnte dazu führen, dass, wenn man total schlecht behandelt wird, dass man noch denkt, äh, es ist ja meine Schuld, weil wir sind ja beide, ähm, beide Narzissten oder keine Ahnung und das würde ich doch sehr unglücklich finden. Und es gibt ja auch Beziehungen, wo beide, ähm, sehr narzisstisch agieren und, und die werden dann auch wieder nicht, also da wird der Begriff vielleicht mehr passend, aber nicht bei diesem Standard. Und dann, äh, heutzutage finde ich, ich meine, es hat sich so historisch entwickelt, aber heutzutage, äh, mit dieser ganzen Gender-Thematik ist natürlich auch super unglücklich, äh, Sachen, also weiblich und männlich zu nennen. Wobei sie, glaube ich, äh, was ich sehr gehört habe in dem Video, sie auch sagt, äh, ja, auch der Mann kann weiblichen Narzissmus haben, aber das überhaupt weiblich-männlich zu nennen, ähm, ja, einfach, weil es vielleicht öfter so rum und andersrum ist, ja, finde ich persönlich unglücklich und, ähm, verwirrt, glaube ich, meiner Ansicht nach verwirrt das eher, ähm, als dass es Sachen aufklärt. Und ich finde, das führt auch nicht zu so einem Self-Empowerment, sag ich mal, wenn ich sage, ah, ich bin ja, ich habe ja auch ein narzisstisches Thema und, weiß ich nicht, ist, also, deswegen, ähm, finde ich diese Begrifflichkeit nicht so gut, aber, Gott, es gibt natürlich unterschiedliche Meinungen und, und was man natürlich schon sagen kann, ähm, also, was ich zum Beispiel auch finde, ja, auch im Pluspol, ja, auch in der Co-Abhängigkeit ist diese Idee, ich könnte jemanden aus, aus etwas rauslieben, oder ich könnte jemanden retten, hat, wenn man so will, auch, ähm, einen narzisstischen Stallgeruch, weil ich ja denke, ich bin so toll, dass ich, auch die anderen Frauen konnten den Mann nicht rauslieben, aber ich kann das jetzt, oder ich als Mann kann die Frau retten, ähm, ähm, ist vielleicht auch eine Idee, die, ähm, nicht sehr realistisch ist und so und, aber wie gesagt, ich glaube, man, es führt dann zu immer mehr Verwirrung und das finde ich halt nicht gut, mal ganz abgesehen davon, dass meiner Ansicht nach der Begriff Narzissmus einfach komplett kaputt ist und mit Recht, äh, es wird ja immer wieder so kritisiert, mit Recht verschwinden soll im ICD-11, also, das heißt ja auch nicht, dass, dass das Kind nicht mehr beim Namen genannt werden darf, sondern, äh, man geht eben weg von diesem Begriff, der sich, ähm, so aufgrund dieser Verwässerung und ist ja alles heutzutage narzisstisch und allein schon, wenn ich eine Beziehung beenden will, ist es schon narzisstisch, alles ist narzisstisch und will einer nicht machen, was ich will, ist narzisstisch und der Begriff ist einfach kaputt, der ist tot, ähm, da kann man machen, was man will und wird mit Recht verschwinden aus dem ICD-11 und, ähm, ersatzt werden durch eine konkrete Beschreibung von bestimmten Verhaltensweisen, so, ne, dann gibt es, habe ich auch schon Videos, äh, zugemacht, könnt ihr finden auf meinem Kanal, äh, es ist relativ, wir finden es ganz schön komplex, aber, ähm, dann gibt es eben zum Beispiel eine Verhaltenskategorie äh, antisoziales Verhalten oder dissoziales Verhalten und dann ist halt genau, weiß man halt, was gemeint ist, egal, was derjenige sonst auch so macht, er zeigt eben, ähm, antisoziales Verhalten oder er zeigt eben negative Emotionalität oder er zeigt eben abhängiges Verhalten und so und dann werden diese Sachen eben, ähm, ja, fliegen eben raus, werden ersetzt durch ganz konkrete Verhaltensbeschreibungen und ich finde es super, also meiner Ansicht nach hätte auch Borderline rausfliegen sollen, dass es jetzt, ähm, komischerweise als einzige, ähm, Persönlichkeitsdiagnose drin geblieben, also es hat natürlich auch einen Grund, weil es da am besten, am besten Forschungsstand gibt, aber meiner Ansicht nach, weil das vielleicht auch ein bisschen, ähm, ähm, ja, hatte vielleicht auch andere Gründe, warum man das drin gelassen hat, ist, ich finde es, äh, und glaube, das denken viele so, es ist letztlich nicht konsequent, dann so einen Begriff drin zu lassen, ähm, ja, also in diesem Sinne hoffe ich, ich konnte jetzt, ähm, meinen Take dazu sagen und muss ein bisschen aufklären und danke für deine Frage und wenn du auf solche Fragen schreiben willst, kannst du über ein Formular auf liebeschiff.de machen, da findest du auch meine großartigen Kurse und wir sehen uns bald wieder, ciao lieben. Musik 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 Musik